Und da ist die Frau gestorben. Heute ist er weitergegangen. Er ist vor drei Jahren gestorben und seine Frau ist. Heute wäre er so im Büro bei ihrer Schwester. Die hat mir keinen angehört. Achso, der Film ist der Junge weiter hier, der bei uns mal schreibt, der ist heute springer. Die Frau kommt in irgendeine Frau gestorben, oder? Die hat dann jahrelang da oben, ja. Ich konnte mir vorstellen, dass er vor zwei Jahren immer noch gehabt hat. Die haben immer noch viel Sachen oder so. Alleine, keine Kinder, nicht mehr. Und wir haben die Themenkundigke, ja? Ja, okay. Und die haben die letzten Jahre immer noch gebaut, woher noch nicht. Das ist ja auch immer schon, ja. Aber ich finde, dass die nach dem Ungewicht geht. Entweder verkauft und haben sie es selbst. Oder es ist leider auch mit denen, die man nicht mehr sagen. Aber er ist auch schon mit der Achtung geworden. Einige, die wir aufgenommen haben. Ja, ich weiß nicht. Aber wir haben noch die Arbeit. Wir haben auch jetzt das letzte gestorben heute Morgen eine Zeitung. Eine.